Hallo zurück zu Let's Play Mad Max und wir haben dieses Lager endlich erfolgreich angenommen und deshalb können wir jetzt mal weiter gucken. Ich glaube es gibt nur eine richtige Menge zu tun. Ach herrje. Achso ich kann jetzt... Ja doch ich muss mit der linken Maus das jetzt ziehen. Ach du Scheiße. Ach du mal... Ach du... Ach herrje. Oh Gott. Oh Gott, ob wir das alles spielen. Hilfe. War das ja grausam. Gut. Ne wir fahren jetzt nicht gleich zu denen hier zum Cheat. Nö 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 nö. Ich mache das erstmal hier dieses Land hier mal. Ja bestimmte Aufgabe. Ich mache das mit dieser Vogelscheuche. Ja genau ich mache es mit dieser... Hä? Schnellreise? Ach so ich kann mal schnell... Ach so an diese... Ach okay. An diese Ballons kann ich bei Schnellreise. Okay dann mache ich jetzt mal... Also wir verlassen sonst kann ich es nicht. Gut. Aber natürlich wie immer müssen wir kurz nochmal reinschauen wie das nochmal mit der... mit der Harpune war. Die Harpune 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 Harpuna Markata. Harpune 3. Äh okay. Bei Autos. Ne. Aber ich kann mal kurz nochmal... Das ist schön aus einzugucken. So. Nö 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 nö. Äh. Wie sagen wir Auto? Hapuna Markatata. nicht ständig hier wie nachgucken muss ich spiele andere spiele deshalb ich weiß wie die ganzen befehle noch gehen so das räume da oben hat diese komische vogelschweiche weg ich frage mich für welche vögel eigentlich überhaupt so drei 3 3 3 Ja, fuhrschuldig, schwar. Achso, ich kann ja jetzt hier links. Okay. Ein bisschen Momentum. Ja, okay. Geht auch so. Was machen die? Die stehen da einfach. Äh, Taschenlimpe. Mach ich mal aus. Okay, kommen die jetzt oder bleiben die da einfach? Ein paar Paterolle. Ja, ich schätze, wir müssen das machen. Naja. Sieht sehr stark danach aus. Die muss wahrscheinlich weggehen. Ach, ich mag das nicht mit dem Auto. Ich mag diese Spielmechanik nicht. Das ist für mich bescheuert. Ich gehöre, dass mein Turbos war. Shift. Space. Space. So. Und da schlaaagend. So. Wo muss er hin? Ich wollte mir sagen, ich hole dich. Ich muss im Dreck hier wieder rauskommen. Mhm. Oh, komm Junge. Wo fährt er hin? Wir stehen nicht nur über den Dreck rumfahren können. Wo ist der jetzt hin? Gut, da sei halt weg. Muss man recht sein. Ich muss ein bisschen Schrott hier, der oben runtergefallen ist. Dann würde ich sagen, immer wieder sind das nächste. Ja. Was ist da? So, nee, da ist die Aufgabe. Hier muss irgendwo noch... Hä? Aber das ist doch hier oben. Wo das ist, was die Barriere ist. Das sieht nicht gesund aus. Da ist was in der Gegend hier. Aber da war doch irgendwie noch... ...irgendwo noch schar-schar-schar-scharot. Toll. Danke. Da liegt das Wilde oben. Wie ist das jetzt? Der jetzt da? Moment. So. Dann. Jetzt kommt er wieder ab. Das gibt's doch nicht. Soll ich da vielleicht reinfahren? Ja. Der jetzt wird ein Schar-Schütze. Der Knäfer! Get cover! B-Borrow time out here with no longshot! Hard to get one. Perhaps... ...these new black fingers are skilled in such... ...metallergy? Are you saying you could build me one? Ja, Jeet has the part I need. Wie fährt denn der? I saw one dismounted once. It's not so complex. Ah. Links rum! Ach! Himmel. Okay. Gummie! 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 Blaine! Da füge ich hier. Ja, danke. Da... Da hat jetzt... Volledäpfenfahrzeuge. Super, es brennen wir nämlich... ...tüch wieder extrem. So, Chuck... Ich gehe. Warte hier. Certainly, ja. Ihr wisst, ich werde niemals ihr Seite verlassen. Ach, jetzt können wir aber einsteigen. Nein, er vorg... Ey, vorher konnte ich reparieren. Ah ja, geh und geh. 370 Schrott. Ist das... Was? 319. Was ist mit dir hier, Chum? Ich denke auch immer, das ist immer... Hallo, Australien. Die fahren auf der rechten Seite. Ist ja bis da runtergefahren. Ist ja auch wieder super. Das kostet wieder irre Sprit. Ah, so, jetzt gucken wir uns mal den hier an. Wir müssen so ein Auto mal einen besseren Zustand mehr kriegen. Ich habe noch eine Riesendrücke. Folgen wir zum Glück nicht. Ich habe noch ein Ballon, das ist gut, ne? Ich dring durch. Wie? Wie ist gar nicht alles in der Seite? Ist die schlecht? Wo ist der Typ und wo ist sein Gewehr? Nirgendwo, das ist auch geil. Hallo! Himmel! Steig halt ein! Und genau in dem Moment kommt der natürlich. Oh, jetzt will ich dem schon wieder irgendwo hinterher fahren, oder wie? Nee, Leute. Vergiss es. Fahr doch nicht hinterher. Ich bin wohl nicht bescheuert. Gut, jetzt will ich die gleiche Strecke. Ich bin wohl nicht bescheuert. 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 Was ist das da? Entschuldigung, brauchen Sie Hilfe? Entschuldigung, bitte, einfach enden mir. Ich habe es so lange für Sie, Usain, und ich habe sogar Angst. Ich kann es nicht. Ich habe aber keine Munizu, Depp. Ich habe aber keine Munizu, Depp. Oh, okay. Ich habe auch keinen Eindruck. Ich habe auch keine Munizu, Depp. Ich habe keine Munizu mehr. Juhu. Er ist zurück. Gut für ihn. Gut. Hallo? Ach, E. Ich drücke mal R. Und da war nochmal was. Okay. Naja. Da hat jemand Bock, oder? Ähm, stopp. Wenn wir hier gerade unten rumstehen. Ähm, was ist das hier noch? Todesfahrt. Todesfahrt ermöglicht Ihnen erst den Ötländern, sich mit ihren Fahrzeugen zu vereinen. Es ist ein Injustationsritus, der notwendig ist, um Zug auf sämtliche Fahrzeuge der Welt zu erhalten. Jede Todesfahrt hat eine Vielzahl Fahrer und Sammeldauer Autos und Erzengel zu bieten. Durch Abschuss. Abschuss. Abstand der Todesfahrt erhält jemand aus dem Treibstoffquelle am Startpunkt des Rennens. Okay. Okay, was ist das hier noch? Info... So, das ist jetzt über die Welt. Was ist das hier noch? Da haben wir noch Gaswerk. Ah, top top. Ich frage mich immer noch, wo ich Munizun herbekomme. Weil manchmal wäre das echt ein bisschen... Titsch. Jetzt fahren wir mal... Wo war eigentlich? Ach, das sind die Sharpshooter hier. Ja... Ja, den sollte ich auch demnächst mal entfernen. Aber ich muss gerade mal kurz mal... Bevor ich hopsgehe... Und dann würde ich sagen, ja doch fahren wir mal zu demnach. Ja, rauskommen. Ja. Bei den Blumen, die zusehen echt cool aus, muss ich sagen. Das ist schon... Schon nicht so schlecht gemacht. Oh, die nervt. So... Die nächste Sache ist ähnlich mit der SS. Ja, ja. Sehr gut so. Zu vielen von den Wunderern, die man in Gastown spieken kann. Ach ja. Okay, mit dem Nitro... Äh... Mit dem Nitro ist eigentlich ganz okay. Da kann man echt arbeiten. Einen Radiator... Gut, das ist wahrscheinlich völlig wurscht, was wir da einsammeln. Das ist praktisch die Währung. Was ist da hinten? Gucke nach, da rechts oben. Hm. Hm. Also B. In welche Richtung gucke ich denn jetzt? Ah, gut, da gucke ich jetzt... Okay. Ja, da, da will ich hin. Okay. Aber das... Hä, der Weg geht in die andere Richtung. Nee, ich... Hä? Was ist das hier? Was soll hier sein? Minenfeld. Höh! Äh... Äh... Sind die deshalb gleich hops hops gegangen, weil die ins Minenfeld gefahren sind? Ja, aber warte mal, ich... äh... Aber ich hab Chums... Chums Buggy nicht. Nutz den Hund in Chums Buggy, um Minenfelder zu finden und zu entschärfen. Vor allem, wir haben ja auch den... Unser Woofie ist auch nicht dabei. Wo ist unser... Wo ist unser Woofie eigentlich? Das ist ne gute Frage. Ja, aber ich mein, ich hab ja... Ich hab ja gar keine... Ich kann ja gar nicht... Also, ich hab ja nicht... Ich, äh... Was ist denn... Fahrzeuge? Hund? Woofie? Hab Hund? Sondersteche? Seidebrenne? Seidebrenner-Müsli? Hm, lecker, lecker. Ähm... Nein? Rahmen... Ah, ja, mittlerer... Ah, mittlerer... Ah, mittlerer... Hast du mir das? Okay, gut zu wissen, aber ähm... Kann ich das... Kann das nicht selber? Ich jetzt eh drücke. Wird auch selber gemacht, ne? Ja, stimmt. Ist auch grün. Man sieht's recht so. Sprit ist auch noch ganz okay. Äh... Will ich durch dieses Minenfelder durch? Eigentlich nicht, ne? Juhu, dann fangen wir erstmal das Rennen. Durch das Minenfeld. Hm... Todesfahrt! So, und jetzt? Muss ich erst aussteigern mit dem wir quatschen, oder? Äh... Tag. Was, äh... Was muss ich hier machen? Der kleine Wasserspender? Ne, mach mich. Äh, wieso geht das nicht hier? Oh, bless the Fiorings of fuel injection. Looo... Here comes a wanderer. Ich, Crowdazzle, begrüße Sie in den Zirkel der Licht, in den Zirkel der Wunderschön, der Wunderschön und der Wunderschön. Sie haben sehr weit, und mit großem Wunderschön. Aber, sind Sie jemanden, der sich einen Namen für ihn zu gewinnen, oder der wünscht sich an den Herzen der Maschine, oder sind Sie beide? Was hast du gesagt? Rennen, Son, ist ein sehr schönes Ding. Es gibt einige, die zu Crowdazzle, um die Glück, um die Schöne zu gewinnen, um die Schöne zu gewinnen, und um ihre Namen zu erinnern, in Fireside-Tales von Wunderschön, um die Jahre zu kommen. Andere sind auf dem Weg des Spirits. Sie suchen die Todesstraße, um ihre Menschen zu ihren Maschinen zu verbinden. Was ist dein Wunderschön hier? Ähm, ähm, was? Erreiche das Ziel, vor allen anderen Fahrern, bevor die Bombe nur deinem Fahrzeug explodiert. Ach, ist das schön. Opus Krieg ist noch gelockt. Ich finde, du hast nochmal einen wilder Hatz. Machen wir das doch mal. Ähm. Mhm. Ja. Okay, ich bin gespannt. Wann geht's überhaupt an? Mich liegt mir hier keiner dran. Weg mit dir, lass mich ab. Geht's überhaupt? Wohin muss ich denn überhaupt? Himmel! Bleib doch mal auf der Strecke. Nein, nein, nein. Boah. Jetzt hab ich mir doch mal die... ...mit der Maustür zu holen. Gehen wir jetzt geschreien? Wo muss ich überhaupt hin? Jetzt überhaupt nicht. Mein Weg zeigt nach hinten links, aber ich muss ja nicht dem folgen. Ich fahr ja wohl ein Rennen mit denen. Ich fahr ja wohl ein Rennen mit denen. Wenn mich aber auch... ...wenn mich wie ein Eigenweg fehlt... ...wenn ich wäre auch gefeiert. Ja, ich habe auch... Moment. Dann fahre ich mal den grünen Weg. Oder es ist der grüne Weg, den ich gesetzt habe, wahrscheinlich. Aber ich meine, ich habe kein... Kein Boost oder irgendwas. Wie soll ich dann noch irgendwie schneller fahren? Wie ist keine Wien? Wie ist keine Wien? Himmel! Ey, ey! Geil! Überlebe ich das? Juhu! Wahrscheinlich nicht! Oh! Mal kläppet ein. Lenk! Himmel! Oh! 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 Lenkt denn der nicht? Fahr doch einfach zu! Mensch! Ne, wird nichts. Das wird wieder nichts. Ja. Boom! Okay, wie soll das funktionieren? Ja, ich würde aber ganz keine... Ich kann auch kein Ziel setzen. Toll. Ich versuchze mich auf. Oh! Komm! Wack! 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 Boah, okay, renk! Lenk, oben, Lenk! Ach, verdammt! Sie sind insgesamt tief in den Land reingefahren. Oh Gott! Nein, der fährt auch nicht den gestrichelten Weg. Das ist doch richtig nie im Himmel! Ja. Oh Gott, so schön ist hier, das hat sie nicht. Oh, das ist rot markiert, die Strecke praktisch. Ich glaube fast gar... Nein! Nein, 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 nein! Okay, das rot markiert jetzt die Strecke. Jetzt muss ich mal auch wissen. Okay. Äh, wie fortfahren. Ja. Ich würde sie trotzdem ganz gerne wieder zum... Alter, da oben bin ich. Hm. So, hier da hinfahren. Und zwar gucken, ob mein altes Auto noch da ist. Markus Opus, den will ich mir ungern wegnehmen lassen. Oh, das ist schon ein bisschen sketchy. Das Ding bleibt doch einfach mal gerade. Also fast so... Fast so schlimm die Steuern wie in meinem eigenen Spiel. Also ich weiß, geht gerade gut um ein bisschen aus dem Rennspiel rum. Zur Information. Das ist auch in der Wüste. Das ist auch in der Wüste. Das ist auch in der Wüste. Stattchen mit. Aber... Das ist auch ein bisschen mehr bumpy als hier. Aber... Da kann ich mir linken Hand steuern. Achso. Nicht getan. Du hast geschaut. Ja, aber das Ding hat ja kein... Ich würde sagen... Ich leg die Vogelscheuche noch um. Das bringt mir ja nix. Weil das Ding hat keine Apule. So, wenn das Auto da steht, dann würde ich sagen, wir haben eine Aufnahme und Pause. Ah, da hinten ist er. Ha. So, kann ich hier noch irgendwas machen? Ah, ich kann hier... Äh... Gibt es noch Wasser? Wahrscheinlich nicht. Ja, es ist größer, als ich mich erinnere. Wer ist Jeke? Ich erinnere mich nicht. Gute Chance, ich werde. Ja, aber... Es gibt keine Freunde, keine Fähigkeiten in diesem witzigen Land. Und damit verschwindet hier auf magischer Weise der Genister. Nein, doch nicht. Gut. Aber dafür werden wir auf magische Weise verschwinden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020